so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute ist salut angesagt und zwar die titansalut von röder eine packung mit zehn bombenröhrchen genau mit jeweils drei sortierten haben wir hier rot blau und weiß genau nec haben wir hier 250 gramm auf alle zehn und das sind schöne titansalutrohre mit einem feuertopf da freue ich mich definitiv drauf und der test wird jetzt auch zeigen ob die sich rentieren kann man ja leider nur einer v kaufen aber dennoch mal gucken ich wünsche euch viel spaß so leute jetzt mach mal die titansalut wir machen jetzt ein paar am tag und natürlich dann auch noch welche weil die haben ja natürlich einen schönen feiertopf den kann man jetzt nicht so gut am tag sehen da fangen wir mal an mit dem weißen titansalut verbrüder die sind aber auch so gut die sind richtig gut blaue Augee! Machen wir noch einen roten, den Feuertopf, das ist ja immer schwer Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich muss immer dunkler machen, damit ihr oben schön das Titan sieht, aber ich will auch, dass ihr den Feuertopf seht, aber naja, dafür kommen die dann nochmal in der Nacht. Jetzt machen wir mal noch drei, ich habe mich gerade dazu entschlossen. Alter, die sind saustark, die sind richtig stark und meine Schuhe werden es mir danken. Eieieiei, okay, jetzt wenn es dunkel ist. So Leute, wie übersprochen gibt es jetzt die Chantalud nochmal in der Nacht. Heute ist der erste, erste schon, ist gerade 18 Uhr und wir zünden, so gehört sich das, fang an mit dem blauen Zündung. Geisteskrank schön, vor allem das blaue, das hat wir dann richtig gut hinbekommen. Rote hinterher. Stark, starke Teile. Kauft euch die leider nur in der VE verfügbar oder ihr holt sie ab im Ladenverkauf. Weißblinker jetzt. Ey, in Chemnitz geht es auch noch ab, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Schon die ganze Zeit. Am ersten, ersten. Schön. Stark, starke Teile. Machen wir noch eine kleine Aktion. So sieht doch eine schöne Aktion aus. Ich hoffe das geht alles auf. Seid ihr ready? Ja. Ja und los. Alter schick. Richtig schick. Und damit würde ich sagen, das war's für ein Video. Haut rein Leute, kauft euch die Dinger, wenns geht. Und tschau.